hallo do it yourself ich grüße euch ja ihr seht schon worum es geht bei diesem boden das ist ein boden da war ein estrich drin der ist rausgekommen weil hier in dem haus ein feuchtigkeitsschaden war und jetzt wird halt hier ein neuer estrich gemacht ein trockenestrich die firma knauf hat ein neues produkt rausgebracht ihr kennt den alten brio boden und der boden ist ja ein trockenestrich der auf schüttung verarbeitet wird um direkt zum beispiel in boden direkt drauf zu legen fließen drauf zu legen und jetzt gibt es neuen boden der nennt sich hugo hugo ist ein neuer trockenestrich von knauf der hat nicht mehr die stufen falls sondern der hat nut und feder die nut und feder hat den großen vorteil dass man nicht mehr obendrauf verschrauben muss man kann den einfach ineinander schieben wie laminat einfach ineinander schieben und soll eine ganz klasse sache sein wir werden das hier ausprobieren ob es wirklich so eine klasse sache ist und ich bin gespannt seid auch gespannt zu dem boden wie gesagt das ist jetzt hier drunter ist jetzt die bodenplatte wenn der bodenplatte ist sollte man auf jeden fall eine sperrschicht machen das heißt gegen auftretende feuchtigkeit und da gibt es von der firma knauf die katja sprint bahn das ist eine selbstklebende abdichtungsbahn die wird dann einfach auf dem boden ausgerollt vorher muss der boden komplett gesaugt werden so dass auch keine steine mehr drunter sind und sowas damit die die katja die katja dann sauber auf dem boden ausgerollt werden kann hier habe ich dann vorher auch schön ausgesaugt und habt den ausgerollt dann wird der zehn zentimeter an den seiten überlappt es gibt dazu auch bei knauf ein sehr gutes video wo ihr das schon sehen könnt in der animation auch wieder verlegt wird also ist eigentlich ein kinderspiel und dann wird er aufeinander zehn zentimeter dann wird eine folie abgezogen die ist dann selbst klebend darunter unter der folie und es wird angedrückt und dann liegt ja das ist eine ganz klasse sache den aufbau machen wir zusammen und verlegen dann auch am schluss die hugo platte so wie sie dann verarbeitet werden soll von knauf und ich bin gespannt ob das wirklich so gut klappt wie sie sagen ihr seht schon hier habe ich ein problem was heißt ein problem aber probleme sind darum aus der welt zu schaffen hier habe ich auch noch eine rundung in der außenwand und die müsste eigentlich verputzt werden ich mache das später das heißt ich gehe mit dem boden bis an die wand macht dann eine trennschicht und putze dann das ist hier aus aus zeitlichen gründen können wir das nicht anders machen normalerweise würde ich jetzt erst die wände verputzen und dann den boden aber der ablauf ist eigentlich egal wenn die trennung zum boden gegeben ist dann ist es okay ja ich würde sagen dann starten wir einfach mal also ihr seht dann man hat hier genau so eine schraffierte linie und bis dahin muss dann genau die katja überlappen hört sich über komisch an die katja und wenn die da überlappt und das ist alles gleich dann ist in ordnung ansonsten an solchen stellen hier kann man natürlich dann gut einschneiden mit einem normalen cutter messer hier überlappt es und hier drunter habt ihr jetzt zwei folien zwei folien eine auf der unterseite der obendrauf liegenden katja und eine auf der drunter liegenden die jetzt unter der katja liegt mensch da kommen ja wieder kommentare so dann ziehen wir hier einfach einfach die zwei klebebänder ab drücken hier einmal an da gehen wir nachher mit den füßen drüber damit das schön fest zusammendrückt ihr seht ich habe hier auch noch kabel ohne ende aber das verschwindet unter der schüttung so und dann einfach mit dem fuß schön fest darüber so die ist jetzt richtig dicht verbunden und das habe ich überall so gemacht ja ihr seht die katja liegt jetzt soweit jetzt haben wir dieses anschluss band hier habe ich jetzt eine fußboden fußbodenheizung hier habe ich jetzt heizungsrohre auf dem boden ich habe jetzt noch mal schön sauber gekehrt damit dieses anschluss band auch in guten eine gute verbindung hat zum zur katja wenn ihr jetzt eine stoßfuge habt zum beispiel ihr kommt mit einer bahn nicht ganz aus und ihr müsst die dann überlappen dann überlappt ihr zehn zentimeter und klebt dann dieses band einfach darüber das ist ein gummiband das klebt sehr sehr gut und das gleiche mache ich jetzt hier auch an den heizungsrohren so dass ich die hier mit einfasse ihr seht das überlappt dann komplett weil irgendwo muss ja eine dichtigkeit hin wenn ich jetzt die folie drüber gelegt hätte die katja folie das wäre mir zu viel gewesen weil dann dann habe ich die dann dann ist möglich dass da luft runter ist und wenn ich die schüttung einbringe dann könnte sein dass das irgendwie wackelt und das möchte ich nicht deswegen nehme ich dann mein dichtungsband und klebt das jetzt hier so drauf ich messe das mal kurz ab wie lange es ungefähr sein muss dann noch kurzerklärung am rand habe ich jetzt auch alles abgeschnitten und wir klappen die nachher hoch kleben dann unser dichtband auf dem boden und auf das dichtband kommt dann nachher der kleber von knauf oder hybrid dichtstoff der dann da auch zu passt und dann drücken wir einfach die katja auf dieses band und dann ist das auch dicht so ich messe jetzt erstmal ab wie ich das auch schon vor hatte ein bisschen abziehen gucken dass es schön sauber ist erst auf einer seite schön dran drücken dann um die rohre drum führen da kann man nachher auch mit dem fuß noch mal drüber gehen und ihr seht jetzt ist das schön eingepackt so dass auch die schüttung genau darum geht und dann kann man so mit dem fuß einmal sogar drüber und dann ist die verbindung dann ist die verbindung gegeben so dass alles dicht ist ja wir kommen jetzt zum aus nivellieren des bodens das heißt wie viel schüttung muss ich drauf machen mit der pa schüttung von knauf das ist lavagestein kann man zehn zentimeter auffüllen mache ich jetzt hier in diesem raum nicht das ist halt ein anderer aufbau man kann das aber dann erfragen auch bei knauf was am besten für euch für ein aufbau wäre was man machen kann das ist immer unterschiedlich kann man so nicht sagen es kommt immer darauf an was für ein untergrund und all solche faktoren spielen da eine rolle ich muss auf jeden fall jetzt hier auf dieses maß kommen von diesem alten estrich der hier raus in diesen vorflur geht und es ist eigentlich ganz einfach also ihr müsst dann auch kein meterriss machen oder so ihr müsst einfach nur euren aufbau wissen also das heißt bei mir hat jetzt der aufbau insgesamt 78 mm was auf die schüttung drauf kommt und diese 78 mm das ist dann die die platte das stodur und wenn man das alles abzieht bleibt dann der rest der schüttung das heißt ich mache mir hier jetzt mal einen bleistift strich so und wenn ihr sowas macht und um die höhe zu kriegen dann nehmt euch am besten wirklich so eine alte dachlatte oder so man kann es auch mit einem zollstock machen aber der zollstock wenn man den aufstellt zu messen mit dem laser verbiegt sich ja gerne dann habt ihr dann so eine so eine rundung im zollstock und das ist natürlich schlecht weil jedes mal sich dann das maß verändert deswegen nehme ich immer eine starre latte ihr könnt auch im decken 10 nehmen irgendwas leichtes was man dann einfach immer so hinstellen kann und sieht dann aha da ist der punkt halten der laser punkt und so ein laser ist natürlich von großem vorteil mit wasser waage geht es auch aber im laser ist natürlich 100 mal genauer und natürlich auch schneller ich habe mir jetzt von meinem punkt 78 millimeter hoch gemessen weil wir müssen ja runter und das heißt wenn ich jetzt den laser immer auf meinen punkt halte dann habe ich genau die höhe im ganzen raum überall also jedes mal jetzt auf meinem punkt ich habe mir jetzt hier so ein so ein gold band rum geklebt dass ich mich da auch nicht vertue ihr könnt die linie dann auch mit einem edding oder mit einem bleistift ich habe es jetzt mit dem bleistift gemacht und genau immer auf dem punkt dann habt ihr genau unten die schütthöhe von eurer trockenschüttung und das machen wir jetzt mal hier vorne so dass ihr seht wie ich das mache dann könnt ihr das genauso nachmachen und bevor ihr überhaupt mit trockenschüttung anfangt müsst ihr auf jeden fall ein randdämmstreifen noch an die wand bringen der aufbau von der katja ist immer unterschiedlich man kann den auch nach oben klappen es kommt immer darauf an für was diese katja sprint gebraucht wird das könnt ihr aber auch wie gesagt in dem video von knauf selber sehen hier mache ich es jetzt nicht der randdämmstreifen ist eine mineralwolle ja die steinwolle halt ne und der hat einen zentimeter und der wird gebraucht um die trennung der verschiedenen materialien von den außenwänden zu haben also der ist auf jeden fall pflicht den müsst ihr machen den könnt ihr ganz normal mit einem handelsüblichen tacker mit acht und zehn millimeter einfach fest tackern wird dann einfach so dran gemacht und der nächste daneben und das müsst ihr dann einmal komplett rum machen diesen dann dran dem streifen dran machen dadurch dass mein aufbau ja jetzt so aussieht trockenschüttung von knauf die pa dann die wie die wahl und weil hier jetzt eine rundung ist bin ich natürlich schlau ist klar und legt mir die jetzt schon vorher hier drauf und habe dann einmal die rundung so wie sie sein muss weil ich musste ja anpassen wenn die trockenschüttung liegt kann ich ja nicht einfach die platte darauf legen das funktioniert nicht deswegen mache ich das jetzt vorher also ich habe dann jetzt einfach nur den zollstock so drangehalten den bleistift und sie dann hier mit dem bleistift einmal auf der platte lang die linie ist jetzt nicht ganz gerade aber das ist egal das ist sowieso an der wand man kann es ja auch noch gerade schneiden ja und dann wird es ausgeschnitten dann machen wir weiter dann gibt es verschiedene möglichkeiten wie man das jetzt abzieht es gibt t schienen die sind extra für den trockenestrich für die schüttung das sind so t schienen und dann ist mit so einer latte die gleiche latte ungefähr die hat aber hier eine ausklinkung und da wird dann einfach mit abgezogen man kann aber auch sehr stabile rohre nehmen ich habe hier jetzt zum beispiel welche die sind zwei meter lang und haben ein durchmesser von mein zollstock liegt natürlich auf der erde ein durchmesser von 30 millimeter oder 32 millimeter und sind aber auch ziemlich stick die haben eine wandstärke von drei millimeter das heißt die bleiben exakt gerade weil das ist wichtig wenn ihr darauf abzieht und die natürlich ausgerichtet habt dass die auch gerade bleiben wenn das jetzt dünne röhrchen sind oder so dann funktioniert das nicht kleine räume mache ich auch schon mal mit decken c profilen lässt sich auch sehr gut darauf abziehen aber bei größeren räumen bei größeren flächen nämlich schon massive rohre ich habe die jetzt hier in zwei meter genommen habe dafür stück von und meter 50 und meter stück wenn wir so kleinere ecken sind ja wie gehen wir dann vor wir schütten erst mal von von dem perlitt beziehungsweise von der trockenschüttung ein streifen auf den boden ich setze die stange ungefähr 20 zentimeter vom von der außenwand und die latte hat zwei meter so bei bei 180 ungefähr aber guckt mal zu also wir schütten hier einfach jetzt erstmal was auf dem boden dann ungefähr bei 180 auch da messe ich mal mit meinem zollstock dass ich auch ungefähr da bin also da da kommen das kommt nicht so genau so die säcke sind unwahrscheinlich stabil das heißt ich schmeiße die eigentlich auch nicht weg ich nehme die dann immer als müllsäcke das ist eigentlich immer sehr gut so jetzt mache ich meinen laser an lege meine erste stange hier drauf so gesagt ungefähr 20 cm meine zweite stange lege ich hier drauf und die bleiben jetzt schön gerade weil die so massiv sind jetzt nehme ich mein holz und kann schon direkt gucken hier bin ich jetzt zu tief guck mal da ist die linie das heißt ich muss noch ein bisschen höher und hier hinten ach das stimmt schon fast ganz genau das stimmt das stimmt aber der stimmt jetzt auch kann noch ein kleines dickchen höher nur ein bisschen anheben und dann könnt ihr auch mit dem holz könnt ihr dann sorry mit dem holz könnt ihr dann klopfen stimmt stimmt und stimmt so jetzt hier stimmt muss tiefer holz dann schön gerade halten und das könnt ihr natürlich nicht mit dem zollstock wenn ihr da so messt das ist dann immer ist suboptimal also so stimmen die jetzt ganz genau auf dem niveau muss ich abziehen dann hole ich mir jetzt noch einen sack ich überprüfe mal ihr seht das passt ganz genau da drauf waage stimmt auch hundertprozentig hier auch hundertprozentig theoretisch kann ich jetzt hier noch mal zwei meter hinter machen mit diesen stangen und kann dann die ganze fläche abziehen aber um euch das jetzt zu zeigen mache es jetzt erstmal nur auf diese zwei meter und den können wir dann einfach einfach drauf kippen und der nächste so jetzt verteile ich das erstmal ein bisschen dafür nehme ich dann immer hier so einen alten glätter wenn ihr nicht an die stangen dran gekommen seid dann muss das auch eigentlich noch hundertprozentig stimmen ihr könnt aber dann nochmal überprüfen dann nehme ich mir halt immer so eine flache wasserwaage ziehe dann einfach ab da wo noch was fehlt tue ich einfach noch ein bisschen drauf da hinten fehlt noch so ihr seht so einfach wird das abgezogen das ist jetzt die genaue höhe die wir brauchen für die trockenschüttung ich überprüfe dann immer zwischendurch trotzdem noch mal ob alles auch richtig gegangen ist alles richtig hoppla das stich vom laser ja stimmt alles ganz genau und so wird das gemacht wenn ihr dann das stück habt dann könnt ihr mit so einem holzbrett das ist dann ja zum zum estrich abziehen also zum glätten nehme ich immer dafür und dann könnt ihr ganz normal von hinten anfangen und das schon mal ein bisschen vor verdichten damit sich das wenn sich wenn die platte drauf kommt damit das nicht noch kräftig runter geht und dann merkt ihr auch schon dass das so ein zwei millimeter noch runter geht und wenn ihr das ein bisschen verdichtet habt ist das auf jeden fall besser dann könnt ihr nochmal etwas auftragen so jetzt nehme ich hier meine wasserwaage nochmal ziehen noch einmal nach das sieht schon mal sehr 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 sauber aus und so geht das eigentlich mit der ganzen fläche so jetzt gucken wir uns an wie ich das hier vorne mache um jetzt an diese stange wieder dran zu kommen ist eigentlich ganz einfach ihr braucht dann eigentlich nur ich habe jetzt hier eine stro dur platte ihr könnt irgendeine feste platte einfach so drauf und ihr könnt schon komplett dann auf diese fläche drauf die ist so fest da verschiebt sich auch nichts mehr und das könnt ihr dann einfach so machen dann einfach die stange nehmen und raus so und da muss dieser zwischenraum wo ihr die stange raus genommen habt der muss auch wieder aufgefüllt werden ich nehme dann immer einen ganz normalen eimer nehme mir von dem von der schüttung ihr könnt das auch rein kippen und dann einfach vorsichtig mit dem glätter drüber bis es glatt ist seht ihr schon weil wenn ihr das nicht macht dann verschiebt sich natürlich darunter die schüttung und das wäre nicht so gut dann stimmt ja die aufbauhöhe nicht mehr ihr braucht keine angst zu haben dass sie da irgendwas falsch verrückt oder so also das ist ja ein millimeter wenn überhaupt nicht mal also da braucht ihr keine sorgen zu haben diese fläche ist jetzt soweit fertig dass hier theoretisch die erste platte drauf kann die müssen wir ja eigentlich auch erst drauf machen damit wir überhaupt eine lauffläche haben für nachher ja ihr seht die erste lage habe ich gelegt und das ist dann der aufbau halt die lage dann storodur obendrauf und habe jetzt die schienen von hinten nach vorne geholt hier auf die seite auch wieder meter 80 füllt jetzt hier wieder auf und das gleiche prinzip wird wieder gemacht dann kommt die wie die wallplatte wieder drauf hier hinten habe ich ja schon die erste lage habt ihr im schnell vorlauf gesehen alleine ist das gar nicht so einfach das ist eigentlich relativ schwer deswegen wäre es von vorteil mit zwei mann das zu machen und dann geht es auch einfach aber ich bin alleine und da muss ich jetzt durch ja wie gesagt hier habe ich jetzt schon ausgerichtet auch wieder mit meiner latte drauf stimmt alles ganz genau über die rohre muss ich auch drüber beziehungsweise über die lehrrohre und ziehe das jetzt wieder ab dann kommt wieder das rohr raus fülle das wieder auf wieder die vivaldi platte drauf und dann anschließend storodur und da drauf kommt dann unsere hugo platte wo wir dann sehen wie das richtig funktioniert mit der den boden habe ich jetzt komplett reingelegt hier das ist die vival habe ich ja auf die pa schüttung drauf gelegt und das ist natürlich der riesen vorteil erstens steift das die ganze schüttung aus und zweitens könnt ihr jetzt schon laufen wo ihr wollt ich habe auch eben schon mit der wasserwaage einmal drüber geguckt also ist alles super gerade dadurch dass ich das natürlich mit dem laser gemacht habe und gab natürlich dadurch keine probleme hatte ich weil hier auf dem boden lehrrohre lagen das seht ihr ja hier auch und da kann man dann ausklinken und durch das storodur was wir gleich drauf legen kann man auch falls es immer noch zu hoch ist falls ihr das auch zu hause habt also das heißt wenn ihr die jetzt über die überhöhung legt und ihr merkt da ist immer noch zu hoch dann könnt ihr auch das storodur daneben legen so und dann nochmal und hier auch und dann komplett mit der pr schüttung auffüllen dann ist das genauso drucksteif als wenn man jetzt das storodur noch drauf legt das sind manchmal so sachen auf der baustelle die sind einfach so da kann man auch nichts groß dran machen da muss man mit leben zu dem storodur hier habe ich jetzt in 50er storodur und das wird jetzt einfach auf den boden drauf gelegt wenn es natürlich geht verlegt ihr die wie die wallplatten und das storodur auch im versatz also nicht genau fuge über fuge dass wir nicht so ideal am besten ist immer ein versatz hier habe ich jetzt ein versatz von circa 20 cm legt das einfach so drüber an der rundung wird natürlich auch angepasst und legen das dann gegen den dämmstreifen auch bei dem storodur machen wir ein versatz da können wir ruhig dann halb halb machen ihr seht ich bin jetzt hier über diese fuge ich bin über diese fuge also manchmal lässt es sich nicht vermeiden dass man vielleicht mal über eine fuge drüber kommt wenn man das so im versatz legt das ist dann auch nicht so tragisch aber der größte teil habt ihr dann schön überlappt hier hinten schneide ich jetzt diese platte rein die storodur platte und dann wird alles so fortlaufend gelegt wie laminat mehr oder weniger anders ist es nicht und wenn man das haben ihr seht schon hier oben man streifen mal dem streifen an der wand war zu kurz hier muss ich gleich trotzdem noch mal ein stück drauf machen von dem dämmstreifen damit die hugo platte die wir nachher kennenlernen seid gespannt dann auch gegen diese gegen den rand dem streifen gegen stößt so jetzt sind wir hier an diesem punkt ihr seht hier sind die leerrohre wenn das auch bei euch ist ich habe halt bis dran gestoßen mit denen wie die wallplatten und fülle jetzt den zwischenraum auf noch mit schüttung das heißt wir schütten hier schüttung drauf dann nehmt ihr euch eure wasser waage und dann seht ihr auch schon wo ihr mit dem storodur nicht mehr drüber kommen solltet hier geht es noch hier vorne seht ihr das geht hoch ist natürlich zu eng das funktioniert nicht am besten merkt ihr das auch wenn ihr dann eine platte drauf legt und dann mal drauf tretet und meine wasser waage drüber halten und dann kann man genau sehen ob noch was weg muss oder nicht hier haben jetzt dasselbe wie auf der anderen seite hier waren ja auch die ganzen kabel die gehen dann hier in die wand strumpf im garten und sowas habe jetzt hier auch die störodur platte hier angepasst und fülle jetzt einfach mit der pa schüttung auf einfach drauf kippen und mit der wasser waage verteilen so das ist jetzt fertig vorbereitet für den neuen hugo boden von knauf jetzt im anschluss geht es auch direkt weiter und wir legen diesen hugo boden es ist halt ein neues produkt ihr kennt den den brio von knauf den habt ihr vielleicht auch schon verlegt oder schon von gehört und wie gesagt jetzt gibt es den hugo und wir sehen gleich was der für besonderheiten hat und wie leicht er sich legen lässt und schauen wir uns mal an ja ihr do it yourself jetzt kommen wir zu der hugo platte ist genau das gleiche material dasselbe material wie die brio der unterschied ist halt dass wir hier nut und feder haben und der clue man muss nicht mehr verschrauben es wird einfach nur ineinander geschoben sowie beim laminat habe ich ja schon mal erwähnt und man muss nichts mehr verschrauben gar nichts also es geht eigentlich viel viel schneller was ist zu beachten wir müssen auch jeweils an der wand hinten die kante abschneiden da ist ja dann die überstehende kante zeige ich euch gleich noch mal die muss abgeschnitten werden das könnt ihr entweder mit einer kreissäge oder mit einer stichsäge das ist egal womit er das abschneidet aber sie muss abgeschnitten werden schreibt knauf so vor dann ist die platte nicht zweigeteilt oder so die ist komplett in einem gefertigt und da kann auch nichts abgehen oder sowas das ist dann schon sehr gut wie ich den boden gemacht habt habt ihr jetzt gesehen der vorbau muss schon stimmen so dass ihr dann auch wirklich den boden komplett plan legen könnt weil wenn er kanten drin sind dann braucht er nicht so ein boden legen also der untergrund der muss schon wirklich hundertprozentig stimmen ja der name hugo finde ich eigentlich auch ganz gut ja ich würde sagen wir starten einfach mal ich schneide jetzt hier eine kante ab und dann gucken wir vorne mit der rundung das wisst ihr schon dann reise ich das genau so an schneid das mit der stichsäge und wir legen schon mal die erste platte hin mein sauger mache ich mal an also ihr seht trotz sauger staubt es natürlich ein bisschen das ist aber klar ich ziehe mir auch normalerweise dann eine maske an aber jetzt maske auf ab und zum reden ist es natürlich schlecht so die kante ist abgeschnitten das sieht schon mal sehr gut aus die einstellung lasse ich für alle anderen platten auch und wir legen die jetzt mal da in die ecke und passen die rundung an und schneiden es dann mit der stichsäge ihr seht ich habe halt den randämmstreifen jetzt erhöht dass die platte auch dagegen stößt mit die keine verbindung zum mauerwerk hat weil es ist ein frei liegen dann schwimmender boden und der darf natürlich dann nicht irgendwo knatsch aneinander mit irgendwas gebracht werden so dass er auch arbeiten kann ich mache das wieder auf die altbewährte art ich nehme wieder meinen zollstock halten wir den hier dran auf ein maß und sie dann einfach mit dem bleistift hier lang jetzt habe ich so ungefähr hier die rundung das muss nicht tausendprozentig sein erstens muss ich hier unten noch auf putzen und zweitens kommt ja auch noch eine fußleiste dran so dass das überdeckt wird ja dann schneiden wir das jetzt mal mit der stichsäge aus also wie gesagt ich kann hier normalerweise auch ein sauger anschließen an die stichsäge habe aber jetzt den aufsatz nicht mit genauso habe ihn auch an der kreissäge vergessen aber das macht nichts also stichsäge angesetzt und diese kante die müsst ihr sowieso abschneiden weil die wir jetzt gegen die wand und die andere kante die ich hier abgeschnitten habe ist dagegen die wand und deswegen muss die auch abgeschnitten werden deswegen ist es nicht schlimm dass da die rundung ist weil schneiden muss ich dann sowieso aufpassen wegen dem randdämmstreifen sieht gut aus wenn der ganze boden liegt schneiden wir den randdämmstreifen hier unten ab und haben eine schöne fuge zum mauerwerk so dann machen wir jetzt die zweite platte da muss hinten auch wieder die kante abgeschnitten werden und dann können wir hier die erste kleben und da gibt es auch noch was zu beachten das sage ich euch dann jetzt gleich geklebt wird dann die jeweiligen kanten mit dem gefahr bund blu gefahr bund blu blu warum blu blau ist ja das wird dann jetzt einfach hier auf die kanten ausgetragen einmal oben einmal unten auf die kante zusammengedrückt und schon fertig der einzigste das einzigste wo man darauf achten muss ist dass man auf jeden fall genug kleber drauf macht ihr seht das gleich mal wenn man den aufträgt muss der oben an der kante rausquillen also der muss hier oben rausquillen erst wenn er rausquillt dann wisst ihr erstens dass es eine feste verbindung gibt und zweitens dass ihr genug kleber drauf habt weil das ist halt nur geklebt was heißt nur das hält bombe das kriegt man nicht mehr los aber es ist halt geklebt und nicht mehr verschraubt wie bei der wie beim vorgängermodell ja ich würde sagen wir gucken uns das jetzt mal aus der nähe an wie das dann mit dem kleber aussieht so ihr seht jetzt ich denke mal das ist auch besser hier mit als mit dem alten weil der hat doch ziemlich geschmiert also hier oben auf die kante richtig dick drauf so bis kurz vor schluss und hier unten auf die andere kante auch auch ziemlich was drauf ziemlich dick so dann mache ich direkt das hütchen wieder drauf ich habe die jetzt ein bisschen wieder weg gerückt von der wand damit ich mir meinen randdämmstreifen nicht kaputt mache wir können das ja später auch wieder dran rücken ist ja gar kein problem so ihr seht hier kommt der kleber raus und wenn der kleber raus kommt dann ist es genau richtig ich trete von hinten noch mal vorsichtig nach hier ist hundertprozentig bündig so muss der kleber rauskommen und wenn das so der fall ist wie jetzt hier gezeigt dann sei der auf der richtigen seite dann passt dann funktioniert alles ja ich würde sagen dann lege ich jetzt mal hier die ganze reihe und fang dann von hier links wieder an der versatz muss mindestens 20 cm sein also das heißt keine kreuzfuge nicht fünf oder so hier direkt nebenan mit der platte sondern mindestens 20 cm muss der versatz sein zu dieser fuge und dann kommt die stabilität so dass das auch richtig hält und nicht auf geht oder reißt oder sonst irgendwas so und die nächste platte ihr seht auch hier vorne an den kanten da ist das abgebrochen bei der platte da vorne auch weil waren immer die anderen hat einer die platten runtergetragen und hat nicht richtig darauf geachtet nicht anzuecken aber das überbrückt auch also wenn euch das zu hause passiert macht euch da keine gedanken das ist nicht so tragisch lässt sich sehr gut sehr gut auftragen mit dieser flasche habe ich auch schon anders kennengelernt so jetzt wieder genau bündig einmal gucken dann könnt ihr von hinten einfach mal so gegentreten und dann passt das das ist eine gips faserplatte nennt man die das material und ja wofür ist eigentlich so ein trockenestrich gut ihr habt zum beispiel wenn ihr normalen estrich macht wenn ihr schon mal gebaut habt dann wisst ihr das dann habt ihr eine trocknungsphase von teilweise bis zu sechs wochen bevor ihr den erstmal belegen könnt mit fliesen oder laminat oder vinyl weil der muss ja komplett durchgetrocknet sein ihr müsst jeden tag zu euch auf die baustelle fahren ihr müsst trocknen beziehungsweise lüften und das habt ihr natürlich bei dieser platte absolut gar nicht das einzigste was trocknen muss ist dieser kleber der trocknet eigentlich relativ schnell die überstände der der von dem kleber hier vorne der blaue so warte mal ich muss mich einmal kurz konzentrieren der kann nach 24 stunden einfach abgestoßen werden so schräg da kann man einen spachtel für nehmen da kann man so einen großen schaber für nehmen einfach schräg abstoßen und die sache ist schon fertig ja und das noch mal zu dem trocknen und das ist natürlich der riesen vorteil den boden könnt ihr dann legen so wie ich das jetzt mache und der ist dann halt wenn dieser kleber abgestoßen ist sofort fertig zum befließen oder laminat oder vinyl ihr könnt darauf legen was ihr wollt auf diesem boden jetzt hier auf den könnten wir ohne irgendwie was dran zu machen einfach nur grundieren und 30 x 30 fließen drauf machen und wenn ihr hier fließen in dem maß 30 x 60 drauf machen möchtet ist auch kein problem dann müsst ihr nur vorher eine entkoppelungsmatte aufbringen einspachteln und dann ist das auch kein problem ja ich mache jetzt hier erst mal weiter gleich kommen wir zu unserem ersten versatz und dann geht das ratzfatz und der boden ist hier drin ich brauche nicht mehr wie gesagt zu schrauben kleben und fertig also klasse sache setze jetzt hier meine letzte platte rein auch schön drauf und dreh die dann praktisch hier so schräg rein das ist jetzt der rest von der anderen seite legt wieder meinen zollstock an gucke ob es passt passt und jetzt genauso auch wieder oben drauf der kleber unten drauf kleber also es müssen wirklich beide seiten muss kleber drauf haltet euch auch da dran dann nehme ich meine platte rückt sie rein noch ein bisschen nach optimal hier mal es jetzt genauso lege mir die platte schon mal so ungefähr daneben damit ich weiß wie weit ich den kleber ziehen muss einmal komplett rum ihr müsst ja jetzt den ganzen winkel mitnehmen mit dem kleber einmal hinterher den versatz habe ich jetzt hier auf 30 cm hat sich jetzt so ergeben man kann sich theoretisch auch hier so ein stück platte als schlagklotz nehmen vorsichtig in die kante legen und von hier dann mit dem hammer hauen und von da natürlich auch und immer schön gucken dass die kanten sauber sind hier weil das ist wichtig dass sie halten sauberen anschluss bekommt das verfahren so mit den platten mit den hugo platten ist definitiv schneller weil wir halt nicht verschrauben müssen sondern nur kleben und vor allen dingen ist natürlich der große vorteil von einem trocken estrich hoppla von einem trocken estrich dass ihr nicht warten müsst mit den belegen von den platten also mit bodenbelag und weil ihr natürlich auch keine feuchtigkeit dann im raum oder im haus habt also das müsst ihr mal bedenken es ist trocken deswegen trocken estrich und noch als kleiner tipp wenn ihr den boden legt hier drauf steht geschrieben knauf gieferflor hugo l und eine nummer auf der anderen seite also das ist immer die oberseite und auf der anderen seite steht nur eine nummer produktionsnummer also wenn ihr die so habt und die guckt immer also ihr könnt sie lesen von vorne dann liegen eure platten richtig dann noch zum zum lagern wenn ihr die kauft oder wenn ihr die geliefert kriegt dann auf jeden fall immer ganz flach lagern also liegend nicht stellen weil dann schüsseln die und dann kriegt ihr die am ende nicht mehr verarbeitet weil ihr nicht in die feder reinkommt mit der nut also das ist auch ganz wichtig dass ihr die richtig lagert die können natürlich auch draußen lagern das macht denen nichts sie dürfen nur nicht nass werden klar aber dann auch nicht zu lange halt eine kurze zeit und dann funktioniert das moment ist manchmal schwer aber das gehört dazu so ich nehme mir noch mal mein klotz mein schlag klotz den ich hier habe das ist meine ausrichtlatte von dem boden und man kann wirklich sagen wer laminat oder vinyl verlegen kann oder das schon mal gemacht hat der kann es auch mit hugo aufnehmen also ist gar kein problem den zu verlegen ihr seht auch wie schnell das geht das ist ja teilweise habe ich ja vorne schon in echtzeit gefilmt also das geht wirklich ratzfatz ich mache es immer alleine aber wenn ihr natürlich einen zweiten mann habt dann wäre es natürlich einfacher der dann material rankart und mit rein hebt dann ist es natürlich um einiges um einiges einfacher so ich bin jetzt am letzten stück angekommen boden einzusetzen den knauf hugo also ich finde es ist ein ausgezeichneter boden jetzt nicht weil es für knauf ist sondern weil es viel einfacher ist den zu legen weil man halt nicht mehr schrauben muss und das schrauben alleine nimmt schon sehr sehr viel zeit den anspruch und das braucht man halt hier nicht mehr das fällt komplett weg ja das letzte ist immer etwas spärer und rüber damit freunde das werk ist vollbracht der boden liegt er ist super gerade weil die vorarbeit gestimmt hat noch ein paar sachen also ihr müsst darauf achten dass der boden auf jeden fall schön also der unterboden schön gerade verlegt ist aus nivelliert ist mit der pa schüttung und dann ist es kein problem hier den hugo zu legen durch die nut und feder muss er natürlich gerade sein sonst kommt er nicht in nut und feder aber das ist kein problem wenn ihr das so macht wie ich es euch gezeigt habe dann kriegt ihr das auch hin wie gesagt den hugo wenn ihr laminat vinyl verlegen könnt kriegt ihr auch den hugo hin der ist sogar noch einfacher weil die platten größer sind die platten haben ein maß ich zeige euch das so von 60 x 120 also 60 x 120 sind die maße so könnt ihr dann euren raum ausmessen wie viel platten ihr braucht zu dem abstoßen wie gesagt knaufsacht sagt nach 24 stunden ich warte aber jetzt keine 24 stunden um euch das zu zeigen also ihr könnt einfach einen ganz normalen spachtel nehmen und dann hier so schräg die kante wegstoßen das ist ganz einfach lässt sich ganz einfach machen wie gesagt knaufsacht nach 24 stunden und dann könnt ihr den auch schon komplett belegen ja ich finde er hat sich super legen lassen und ich werde ihn weiter benutzen ja dann hoffe ich euch hat das video gefallen danke an knauf dass ich das testen durfte den hugo boden hat mir spaß gemacht und ich hoffe euch auch wenn euch das video gefallen hat daumen nach oben macht bitte die glocke an sonst könnt ihr nicht sehen wann das nächste video kommt und ich würde sagen viel spaß beim bauen wenn ihr fragen habt könnt ihr natürlich in die kommentare reinschreiben ich versuche sie zu beantworten oder knauf beantwortet sie auch und dann sehen wir uns bleibt gesund bis dahin tschüss euer dirk das ist die die ein die 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 Untertitelung des ZDF, 2020